New house, new home. Okay, jetzt sind wir da. Wo fährst du hin mit dem ganzen Zeug? Ich will abhauen. So scheiße, dieses Camp. Ich habe jetzt alles mitgenommen und ich gehe in ein anderes Haus. Das sind so gemein zu mir. Der Bischi. Du merkst aber, dass die Mitbürger mitziehen. Echt? Ja. Scheiße. Du hast es nicht verstanden, wie die vielen anderen Sachen, die wir dir erklärt haben. Haben wir jetzt alles eingepackt? Ich habe es halt durchgeschwitzt. Bist du gerade bei Triathlon ziehen? Das war ein peinlich. Das war mal peinlich. Little update. Aus Klermund. Die letzten drei Tage waren ätzend. Also bei mir war es okay. Okay, soll ich mal erklären? Meine beiden Buddies hier, der Stefano und der Bischmaster, die haben ein kleines Problem gehabt dort oben. Die haben geschwitzt. Wo oben? Oben im Haus. Ja. Aber bei mir war es okay. Also dieses Senders-Training spätestens seit letztes Jahr Ironman Hawaii, hat man ja festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und wir Deppern haben es natürlich ihm nach tun wollen und sind jetzt nach zwölf Tagen, oder wie lange sind wir hier? Zwölf Tage, ja. Das macht keinen Sinn, weil wenn du halt nur drei Stunden pro Nacht schläfst. Zwei. 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 Oh, was? Machst du denn? War ich das? Meinerweise. Hallo Mama. Coaching me. Jawoll. Wuhu. Ich komme dann als Rüge. Ladies and Gentlemen. Oh, Kinnchank. Oh, wie ein Lärmiss. Wuhu. Smells like Teen Spirit. Das ist schon mal gut zum Waschen. Da kommen wir in die Garage direkt. Normalerweise bei den Dummies. Guck. Können wir in die Karrein stellen? Die ist auch klimatisiert oder was? Nee, die ist noch gut. Raus aus meinem Bett. Das ist dein. Das ist mein. Und das ist mein private bathroom. Oh, oh, oh. Das ist deins. Das ist meins. Komm her. Komm. Hallo. Ja. Und ich bin Spiderman. Nee, ich lache jetzt vielleicht, aber es ist nicht lustig. Wirklich nicht.